Ohne Koray, darum verbringt Betty Taube Günther Xmas allein. Muss Betty Taube Günther, 23, Weihnachten etwa ganz allein feiern? Auf ihren Ehemann Koray Günther, 23, muss sie jedenfalls verzichten. Warum sie das Fest der Lieben nicht mit dem Fußballer verbringen kann, erzählte Betty kürzlich im Promiflas-Interview, mein Mann, der lebt ja in Istanbul und die haben tatsächlich an Weihnachten ein Spiel, deshalb kann er Weihnachten leider nicht bei uns feiern. Aber wir werden das schon nachholen. Ihr Liebster ist beim Verein Galata Sarayi Istanbul unter Vertrag. Völlig einsam muss das Model aber nicht unter dem Christbaum sitzen, Betty wird stattdessen mit ihrer Familie feiern.